Hollands Einziges Reichtum Hey, ähm, bist du nicht der von der Sekte? Wär echt cool, wenn du heute nicht so aggressiv bist Danke Leute haben Angst und fragen mich, warum ich so aggressiv bin Nigger, ich bin cool und ein MC und steck im Rap tief drin Rap besessen, sich messen mit mir Ist schädlich besser, wenn ich dich zum Essen frittier Denn roh ist eh glich Bei meinen Scherken hört jeder Whack-MC auf zu lachen Tatsachen gibt, aber nix mehr zu machen, wenn ich dich auskniff Lass dich rennen, damit du dir deine Whackness aus Schützvoll, jetzt ist eigentlich kein Sinn, wenn man genau ist Yeah Who is me? Bring euch die Regeln zum Rap Wie muss es? So ist jeder, der mich still Whack-MC auf zu lachen, auf rap, ab zu speck Ich bin der, der person back to mic check Yeah Who is me? Ich bin ökstürdig im Rap Wie muss es? So ist jeder, der mich still Whack-MC auf zu lachen, auf rap, ab zu speck Ich bin der, der person back to mic check Whack-MC auf zu lachen, auf rap, ab zu speck Ich bin der, der person back to mic check Das ist alles rein, das geht schon Vielen Dank.